Hallo liebe Galeria Family, ich bin heute hier bei Galeria in Oberhausen, denn ich habe Lust zu shoppen. Und wir haben momentan eine tolle Coupon-Aktion und wir überlassen heute den Zufall, wo ich einkaufe. Wir haben die Coupons, die in dem Coupon sind, einmal zerteilt. Die werde ich gleich hier in diese Tüche tun und dann werde ich durch Zufall ziehen, wo ich heute einkaufe. So, jetzt ziehe ich meinen ersten Coupon. Und zwar geht es in die Home-Abteilung Küchenglas und Porzellan. Also ich habe mich hier für diese Flasche entschieden, weil ich glaube als Ostergeschenk für meine Schwester wäre das eine ganz gute. Weiter geht's, der Coupon ist jetzt abgehackt, jetzt ziehen wir den nächsten. Und jetzt geht's für die Herrenbekleidung. So, da ich gerade was für meine Schwester geholt habe für Ostern, hole ich jetzt noch etwas für meinen Freund, um den Coupon auch einzulösen. Und da habe ich diesen wunderschönen Pulli gefunden. Der kommt jetzt auch mit. Und unsere letzte Station geht dann zu... Uhren und Schmuck. Meine Lieblingsabteilung. Und um die Familie komplett zu machen, habe ich jetzt noch dieses für eine Arbeit für meine Mama rausgesucht. Das war's mit dem Shopping-Trip. Ich habe dank dem Coupon-Hoff sehr erfolgreich geshoppt. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, in welcher Abteilung ihr am liebsten einkaufen würdet.